Musik Liebe Musikfreunde, ich freue mich sehr, euch hiermit mein neuestes Projekt zu präsentieren, den musikalischen Adventkalender. Es handelt sich hierbei um einen digitalen Kalender und statt der traditionellen Schokolade gibt es Musik. Ich habe 24 Komponisten und Komponistinnen ausgewählt, die ich an den 24 Tagen des Advents präsentieren werde. Zunächst werde ich ein paar Worte über den Entstehungskontext und über die Komponisten selbst erzählen und im Anschluss ein Klavierstück spielen. Um welche Komponisten es sich handelt und auch um welche Werke, das bleibt noch ein Geheimnis. Es werden Videos von 2 bis 5 Minuten Dauer sein. Den Zugriff zu den Videos bekommt ihr täglich per E-Mail zugeschickt. Ich freue mich sehr, euch am 1. Dezember begrüßen zu dürfen. Musik 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 ukt